Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, im Studium habe ich tatsächlich mit der ersten Betonsenate begann, die Dedo-Sonate Op. 12 Nr. 1, die natürlich immer wieder auch ein wunderbares, frisches Anfangsstück ist für ein Programm, ein Recital. Es ist ja so, der Vorhang geht auf und die Welt ist in Ordnung, ist positiv, ist glücklich, die Sonne scheint. Ich glaube, das war meine erste Betonsenate, aber ich habe sie natürlich dann wirklich alle gespielt. Bei dieser wunderbaren 10. Sonate habe ich lange Respekt gehabt, habe ich lange. Und dann allerdings war es ein großes Geschenk meines Lebens, dass ich die mit Wilhelm Kempf noch spielen durfte. Als ich ganz junger Geiger war, war er schon ein sehr alter Pianist und stand schon nicht mehr auf der Bühne. Und ich war durch eine wunderbare private Konstellation eingeladen, eine ganze Woche mit ihm zu verbringen. Und er wollte jeden Tag mit mir Betonsenaten spielen. Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es von Nathan Milstein Aufnahmen gibt, weil ich bin kein guter Aufnahmekenner. Es gibt ja so viele, aber ich habe leider auch gar nicht die Zeit, da so zu sortieren bei so viel Repertoire. Aber manchmal hört man etwas und ist dann ganz überrascht. Und ehrlich gesagt, die Aufnahme von Betonsenaten, die mich am meisten überzeugt hat, vom geigerischen Ansatz und tatsächlich pianistischen genauso, ist Olek Kagan. Der große, wunderbare Geiger, der viel zu früh verstorben ist, zu unserer aller Trauer und Schmerz. Das war wirklich sehr, sehr, sehr traurig, als wir diese Nachricht bekamen. Aber es gibt von ihm wunderbare Aufnahmen. Und zu meiner eigenen großen Überraschung, weil ich habe ihn auch gar nicht so als den Klassiker eigentlich gesehen damals, gibt es ganz hervorragende Beethoven-Sonatenaufnahmen, wo wirklich diese Klarheit von der Artikulation des Geigerischen mich sehr beeindruckt hat. Ja, selbstverständlich das andere, was einen Streicher interessiert und wo natürlich eine Ausgabe sich auszeichnet, sind die Fingersätze. Und wir haben ja nur vier Seiten auf einer Geige. Aber da muss man doch eindeutig sagen, jede Seite hat ihre eigene Farbe. Und es ist eine sehr unterschiedliche Tradition, ob man zum Beispiel, was in der Frühklasse sicherlich üblich war, eher in den unteren, einfachen Lagen sich bewegte. Und ich denke, die Komponisten haben das auch sehr mit einbezogen, schon in ihr Denken. Oder wie man vor allem, sagen wir mal, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gerne sehr in die hohen Lagen ging und lieber eine Melodie auf einer Seite spielte, daraus entstehen Portamenti und eher in dunklere Farben abtauchend. Das ist ein ganz entscheidender Interpretationsansatz. Also ich schlage jetzt mal wahllos auf, zum Beispiel in der Frühlingssonate im zweiten Satz, im langsamen Satztakt 19, 20. Ob man das auf der A-Seite spielt, sehr abgedunkelt, sehr warm. Oder in der ersten Lage mit einer leeren E-Seite. Das klingt vollkommen anders. Es ist ein vollkommen anderes Licht, eine andere Farbe, die da reinkommt in die Musik. Und ich finde, diese Entscheidung soll wirklich jeder Interpret vielleicht auch immer neu treffen. Und deswegen bin ich so glücklich, die Ausgabe zu haben, wo das nicht drinsteht, sondern wo ich selber als Interpret überlegen muss. Mal spiele ich jetzt in der ersten Lage, in der dritten Lage, in der fünften Lage und ich kann ausprobieren, unbeeinflusst von irgendeiner anderen Meinung, komme eventuell zu genau demselben Ergebnis wie der Herausgeber, aber höchstwahrscheinlich zu einem anderen. Weil auch die Mischung der verschiedenen Farben innerhalb eines Satzes ist natürlich wirklich Interpretation. Und jeder kommt da zu einem anderen Ergebnis, auch nicht unbedingt für immer. Ich habe als Geiger oft keine Fingersätze in meine Quartetten. Und ich habe ja 20 Jahre Cherubin-Quartett gespielt und habe häufig mir neues Notenmaterial angeschafft mit möglichst wenig Eintragung, um auch meine eigenen zu vergessen. Und habe gerne oft neue Farben ausprobiert, neue Fingersätze ausprobiert und auch innerhalb eines Konzerts damit gespielt. Man kann auch in der Reprise oder sogar in der Wiederholung, liebe ich es durchaus, mit anderen Fingersätzen in andere Farben hervorzukehren. Also immer seit meiner frühesten Jugend habe ich Hähnele Urtext gespielt, auch bei den Beethoven-Sonaten, bei vielen anderen Werken sowieso. Und ich bin ganz glücklich, dass endlich jetzt auch die Ausgabe existiert, die ich mir seit vielen Jahren gewünscht habe. Nämlich eine Geigenstimme, in der noch keine Vorschläge für Fingersätze und Bogenstriche drin sind, sondern wo man wirklich nur den Text von Beethoven selber erkennen kann. Und ich finde die Idee auch ausgezeichnet, beide Ausgaben zu bündeln und sozusagen freizustellen, dem Käufer oder dem Interpreten, aus was er nun spielen möchte, die sehr gut eingerichtete Stimme von einem großen Geiger oder eben den reinen Beethoven-Ortext. Als Pädagoge habe ich auch übrigens immer so gearbeitet, dass ich meinen Studenten nicht, wenn sie ein neues Stück lernen, meine Striche und Fingersätze gebe, sondern ich gebe ihnen möglichst dieses Blankomaterial, ganz egal von welcher Literatur, und sie sollen sich ihre Gedanken machen. Und dann kann man über alles diskutieren und alles umdrehen, aber sie haben sich die Gedanken schon mal gemacht.